Hol dir einfach alles, was du willst. Du bekommst es gratis. Das haben unsere Praktikanten vom letzten Wochenende zuhören bekommen. Sie haben bei uns nämlich fleißig ausgeholfen, ein paar Produkte vorbereitet und als kleine Belohnung durften sie sich holen, was sie wollten. Es wurden die Galaxie-Büro-Klammern, das Federmappieren und ein paar Planer. Motivierte, helfende Hände brauchen wir immer. Und das ist das Mindeste, was wir euch zurückgeben können.